Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bus Simulator hier auf der PlayStation 4. Ja, wir sollen ja für meine Chefin oder Fahrlehrerin hier noch diese Ziele abschließen. Diese Missionsziele, damit wir hier aber ein Stück weiter kommen. Wir sollen halt die bestehende Strecke bei Nacht sind wir ja dann noch gefahren, nachdem ich ja dann erstmal einmal so völlig sinnlos bei Tageslichterung geeiert bin. Jetzt wollen wir den Bus lackieren. So, jetzt gucken wir mal, wie das hier funktioniert. Einstellungen, Multiplayer, Busdepot, gucken wir hier mal rein. Busdepot bearbeiten. Ah geil, hier. Hier können wir lackieren, sehr schön. Ja, dann suchen wir uns mal eine Farbe aus. Okay, Lila. Halt. Ah, okay. So kann man ihn auch besser sehen, sehr schön. Ich würde gerne diese Info da in der Mitte weg haben. Kann man die irgendwie weg haben? Drehen, reinzoomen. Die Info wäre schon in Rot, Weiß, Gelb oder Schwarz. Ich mach die mal hier in Rot, Rot, Schwarz oder wie machen wir den noch? Rot, Weiß. Ist ja voll die Flipflop oder Keo? Wie geil ist das denn? Boah, das sieht ja übel aus. Ist das Rot, Orange? Ne, ich mach Rot, Schwarz. Rot, Schwarz sieht gut aus, finde ich. So, was müssen wir hier machen? Moment. Aha, so. So, alter Schwede. Ja, nice. Oh Gott. Ne, das geht. Ach du Scheiße. Okay, die Skins hier sind schon krass. Dann gefällt mir das irgendwie noch mit am besten, finde ich. Ja, das packen wir mal da drauf. Innenbereich. Diekel. Moment. Neue Diekels hinzufügen. Diekel erstellen, füge deinem Bus mit Hilfe des Plus Zeichens ein Diekel hinzu. Ah. Wo sehe ich das jetzt? Ah, da oben. Okay. Was machen wir da jetzt? Diekel anpassen. Du kannst was Diekel bewegen, skalieren und drehen. Ah, okay. So, und wie? Passt das nochmal schnell an. Rein und raus und drehen. Ne, achso. Ne, achso. R1. Okay. Das wollte ich jetzt nicht. Ah, krass. Kann man sogar noch so ein Mannschild ändern. Ja, ne. Ne, das lasse ich mal. Erstmal. Das mache ich später mal. Was hatten wir da jetzt? Okay. Kein wirklich deutsches Kennzeichen würde ich jetzt mal behaupten. Okay, Moment, dann machen wir das anders. Ah, ich muss mich echt damit so anfreunden und anpassen. Das ist echt schwer. W, i, l. äh, L I äh, was sind wir von einer Nummer? keine Ahnung, 21 so, als Standardnummer ein Stück, ne Deutschland, ja, passt ok ja, WD21 kommt nicht auf die Idee, dass es mein Geburtstag wäre äh, mein, oh Gott Werbung ey ich blicke hier nicht durch Standard kann ich hier irgendwas ändern? Nein naja, gut, ich hoffe mal, dass es jetzt erstmal so in Ordnung ist das lassen wir mal so anwenden passt ich hoffe es scheiße ich muss ja ah, Bus lackieren ok, das haben wir schon mal erledigt juhu, neue Strecke erstellen das nächste äh, werde ich strecken was? Fahrtstart ne, werde ich strecken nächste was muss ich denn hier machen? Achso Richtung ändern, speichern muss halt schon in Ordnung wo sehe ich denn die? aufrechen ja, möchte ich verwerfen ich weiß ja noch nicht was ich hier getan habe das ist das Ding sehe ich hier irgendwo hier unten das Industriegebiet das könnten wir doch mal anfahren oder nicht neue Strecke ah, hier geht das so wenn ich jetzt mal sage das hier Griniusplatz dann dahin zum Media Center dann äh I don't know hier hin kann ich hier eine hinfügen ich möchte hier eine hinzufügen hallo oder wo muss ich das muss ich das hier machen kann ich auch nicht das ist gar nicht so einfach wenn ich ehrlich bin ich möchte jetzt hier eine Brusthaltestelle hinsetzen ah ah, Moment geht das so? ne auch nicht wieso kann ich denn hier keine Brusthaltestelle wie geht denn das? die Strecke die Strecke ich hoffe das nicht ah, okay Moment doch ich glaube jetzt hoffe ich ich glaube jetzt habe ich gerafft ist das so richtig? so speichern nehmen wir mal neue Strecke herstellen ja gut das haben wir schon mal gemacht fahr die neue Strecke alter Schwede ey das ist ganz ehrlich das ist nicht einfach also da muss man echt sich rein fuchsen vor allen Dingen weil ich das ja ich spiele ja so nicht ich mache das immer mit euch zusammen live jetzt muss ich warte mal wie komme ich jetzt da rüber Strecke kann ich den jetzt auswählen hier so die möchte die möchte ich jetzt fahren so das ist egal zufällig fahren wir mal boah Leute meine Leute auf deiner Strecke wird gewartet deine Strecke hat sich deswegen geändert okay achso ich bin ja auch voll dran so dann wollen wir mal gucken jetzt hier ist ja gar kein Gang drin hier das Wetter ist einfach wundervoll ja ich brauche eine Fahrtkarte ich brauche eine Fahrtkarte ja gerne wir brauchen ein einzel Senior Ticket einmal sehr schön Dankeschön alle drin sehr schön boah Leute das ist echt das ist auch für mich das allererste allererste Mal dass ich so einen Bus Simulator spiele den gibt es ja glaube ich schon seit längerem also jetzt den aktuellen natürlich nicht aber Bus Simulator generell und ich habe vom Bus fahren null Plan ich muss mich echt erstmal da rein fuchsen wie ich da mit diesem Menü umgehe und also auch im Spielmenü in dem Hauptmenü da Wecken erstellen und so weiter da muss ich mich echt ein bisschen mit beschäftigen da muss ich echt erstmal gucken wie ich das mache auf Kette kriege das ist echt schon heavy ey aber das macht mega Bock das ist das das ist die Hauptsache so und äh ich dachte ja ich hoffe ihr habt auch Bock drauf so dabei zu sein irgendwann werde ich das auch mal denke ich mal ein bisschen besser hinkriegen hier Nächster Halt Media Center Astra oh ne ja damit das auch besser passen wird hier ist noch einer ausgeschrieben vielen Dank der lässt den Zeit raus boah ich müsste eigentlich in 10 Sekunden ah ne Leute ich wollte gerade sagen ich weiß gar nicht mehr wie ging das mit dem Tempomat ich glaub Kreis ne den habe ich jetzt auch verstanden das ist das kein oh kein Tempomat sondern ein Tempobegrenzer ich kann damit einstellen dass ich nicht schneller als so und so viel kam habe das hab ich jetzt auch mal gerafft dann möchte jemand aussteigen ich fahre nach wie vor auch noch mit Controller so hier muss jetzt gleich irgendwo noch eine neue Postdachstelle kommen ah hier vorne sehr schön Nächster Halt Westschweig sehr pünktlich danke sehr pünktlich danke ja gerne Nächster Halt Westschweig Nächster Halt Westschweig ach Leute jetzt wartet doch nicht hier die ganze Zeit rum ich hab's eilig ich muss mein Zeiflein einhalten auf geht's zur letzten halte Stelle jetzt müsste das dein Gewebe werden ne Nächster Hall, Ost-Speichel Einzel-Ticket Standard 2,80 Uhr, kriegt die gute Frau wieder Ich brauche eine Fahrkarte Ein Wochen-Ticket, Standard, Einzelperson Sehr schön Kommt 12 Euro wieder, ja Danke Gerne Alle drin, alle drin Und jetzt müsste doch die nächste eigentlich die Nächster Hall, Astra Promenade Endstation Ja, genau Dann haben wir es doch eigentlich geschafft, denke ich Nächster Hall, Astra Promenade Endstation Bitte alle raussteigen Sehr pünktlich, danke Ja, kein Problem Du hast die Strecke abgeschossen, ja so muss Ja, haben wir das doch wieder als rauberer Engelkisch, finde ich Und direkt vom Busdepot stehen wir hier auch So, jetzt wollen wir nochmal gucken, dass wir hier nicht so früh ins Tor fahren, wie beim letzten Mal Und zwei sind eins mit list Und hier Und hier Ein Schwarzfahrer, verdammt! Mist! Trophäe erhalten, gib mir 5, yay! Neuer Bus, ein Setra S416 LE Business haben wir bekommen, sehr schön. Level Up. Bei den Bushaltestellen, was bedeuten da die blauen Striche? Weil bei Grenos Platz habe ich irgendwie gar nichts. Ja, das sieht auf jeden Fall ganz gut aus, denke ich. Ich hoffe, dass ich da jetzt ganz gut am Start bin. Ne, der Schwarzfahrer, der hat mich ein bisschen geärgert jetzt wieder natürlich. Fahrtenstatistik, die erste Spalte zeigt die gesunden Ausgaben und das Einkommen. all deiner Strecken. Mhm. Sehr schön. Krenos Assamon, starker Platz. So, no? Ne. Ah, hier. Ach guck mal, hier gibt es Fahrer, die sich bewerben. Ne, wir machen jetzt erstmal einen Schritt nach dem anderen. Ich muss das Spiel erstmal raffen. Ohne das habe ich keine Chance, sonst kacke ich hier voll ab. So, L3. Bestehende Strecke erweitern. Ja. Ja. Sollten wir hinkriegen. Dann nehmen wir direkt die, weil die ist kurz, finde ich. Ohne, halt. Warte. Strecke bearbeiten. So. Und jetzt. Warte mal. Kann ich die denn erweitern jetzt? Also, beziehungsweise. Ist klar. Kann ich die im Moment. Haltestelle. Ah, okay. Haltestelle dazu oder entfernen. Das heißt. Neue Punkte sind ja nicht dazu gekommen, ne? Oder doch. Was ist das hier? Irgendeine Hand. Oh, Römmo. Ach so. Das ist bestimmt Gebiet. So. Verweiterung oder sowas. Ja. Wie macht man das denn jetzt am besten eigentlich? Geht man doch am besten einen Moment. Hin. Die löschen. So. Die weg. Und. Ah. Okay. Ist aber doof, wenn man die jetzt hier. Moment. Ne. Mach mal anders. Boah. Das ist echt nicht einfach, du. Das ist echt die Kunst, so. Ja, Änderung verwerfen. Das ist jetzt erstmal egal. Ich nehme jetzt mal die Strecke. Bearbeiten. So. Wo ist mein Kreuz? Hier. Jetzt muss ich hier mal. So. Wo ist denn jetzt hier? Astra Promenade. Da geht die los. Die fährt da rum. Dann dahin. Dahin. Stockauer Platz. So. Und dann würde ich sagen, fährt die auch hier hin. Dahin. 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 Und endet wieder da. Ey. Oh ne. Oh ne. Ne, ne, ne. Änderung verwerfen. Das machen wir nochmal neu. Strecke bearbeiten. Dann muss die da enden. Dann muss die da enden. Ja gut, okay. Das ist egal. Man kann also kein Kreis bilden anscheinend oder sowas. Schätze ich mal. So, Moment. Dann dahin. Dahin. Und endet. Ups. Und endet da. Fahre die erweiterte Strecke. Ja gut. Okay. Ja, doch. So langsam läuft. Wurde ich sagen, fahren wir die noch. Äh. Buswechsel können wir nicht. Alles klar. Fahrt starten. Wurde ich hier nah dran? Ne, so. Okay. Äh. Parkland ist dran. Das ist mal Punkt, oder? Und auf Drive. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Nächster Halt. Astra Promenade. Nächster Halt. Eine Fahrkarte. Ja, gerne. Ähm. Was braucht ihr? Eine Tageskarte. Senior. Vier Wächtig. Fischer Wien. Keine Fahrkarte. Ja, gerne. Einzelstudent. Einmal, ja. Danke. Ich brauche einige Fahrkarte. Einzelstudent. Zwei Stück. Sehr schön. So, jetzt haben wir ja... ...mehrere Leute die Karte gegeben. Alter Schwede, was ist denn hier los? Hey, hast du die letzte Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Na klar. Ich hätte ja nur gedacht, dass Hans sowas tun würde. Da wo die Zwiege am Start waren? Ah ne, hier. Irgendwo steht hier nicht. Irgendwo bitte nicht mit dem Fahrrad sprechen. Oh. Oh, wollte ich. So. Nächster Halt. Sender mal Forschung. Ende hoch. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht doch schneller wäre. Wie jetzt? Die meint, die wäre mit dem Fahrrad schneller. Ich bezweifle das. Ich halte mich halt an die Verkehrsregeln und an die Geschwindigkeit. Gute Frau. Nächster Halt. Nächster Halt. Sender Mann. Forschungszentrum. Oh. Absolut prünktlich. Danke sehr. Jawoll. Psst. Ich hoffe ich kann jetzt auch nicht so ein bisschen schlafen. Nächster Halt. Nonspeich. Ich muss das unbedingt mal mit dem Lenkrad ausprobieren, Leute. Weil. Ja. Manchmal ist das gar nicht so einfach mit dem Controller, finde ich. Komm. Fahr. Auf weg. Es ist wieder eine Baustelle. Nächster Halt. Nonspeich. Auf wiedersehen. Ich bin aber gespannt wie viele Falschfahrten... Ich brauche einige Fahrkarten bitte. Schwarzfahrer, wie er sich am Start hat. So.. Der braucht eine einzelne CCSTUDENT. wuuuuuuh Ich bin auch gespannt wie viele Falschfahrten. Was denn viel zu lange im alten Sogeberg hat? Das machst du denn da auch, ja. So, der kriegt 46 Miner. Danke. Gerne. Alle dran, alle dran. Sehr schön. Oh verdammt, ich hab vergessen die Haustür abzuschließen. Das ist dein Problem, nicht meins? Nächster Halt. Zildspeichel. Oh, der ist fast wie ein Hubbel mit dem Bremskügel da wieder auf der Kraft. Das wäre schon wieder gewesen, ne? Nächster Halt. Zildspeichel. Also das mit dem Halten, das krieg ich ja eigentlich ganz gut hin, ne? Ah, nein, scheiße. Nächster Halt. Stockerplatz. Ach, ich hasse die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn's spannend wird. Also Winter der Leidenschaft scheint hier in dem Ort eine absolute Hyped-Serie zu sein. So wie sich das anhört. Ich sollte mir die Haume reinziehen. Vielleicht kann ich da nochmal mitdrehen. Nächster Halt. Stockerplatz. Er füllt mich, danke. Gerne. Und zack. Eine Fahrkarte bitte. Kein Problem. Was braucht der? Einzel-Senior. So. Nach 20 kriegt er wieder. Danke. Kann man das eigentlich irgendwie ein bisschen schneller machen, wenn wir das Geld zurückgehen? Nächster Halt. Mediacenter Astra. Na, komm. Fahr da vorne mal. Äh, Leute, mir läuft die Zeit davon. Schlimm, wenn die hier nicht fahren. Was macht denn der da? Also, da geht jemand über den Cebo schaffen. Okay, da, da behalten. Sollte er auch besser. Wäre schlecht, wenn nicht. Das finde ich schon, äh... Das unterstütze ich, dass er da am Cebo-Scheifen anhält. Da bin ich voll bei dir. Oh, Brenzügel. Verdammt. Ich sehe die mal zu spät. Ich knallte aber voll über die Scheiß-Brenzügel. Verdammt. Oh, 17 Sekunden, Leute. Wir müssen uns ranhalten. Nee, das! Ich kann nicht. Mach das halt, mit dem Center Aster. Oh! Uh! Das hat wieder Minos. Moment! Wo ist mein Hut hin? Das ist das. Ich hoffe, hier hat jeder eine Fahrtfahrtanstalt. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrtarten. Was kriegt ihr denn hier? Fahren wir mehr Tickets. Tageskarte. Standard. Zwei Stück. 67. Zu mir. 4. 50. Danke. Das ist gut geschehen. Sehr schön. Aber beim reinfahren hier in die Halterbucht, vielleicht den Bordschirm überheizt. Nicht so toll. Du wirst halt. Blinker korrekt eingesetzt. Ich glaube, ich werde krank. Nee. Dann schnell raus aus meinem Bus hier. Das ist hier die Keimzelle der... Die Keimzelle der Leidenschaft ist so eine geniale Serie. Glaubst du, Hans wird je wieder zurückkommen? Frage. Ich kenne Hans noch. Ich kenne die ganze Serie nicht. Bitte eine Fahrkarte habt. Ja klar, kein Problem. Was kriegst du denn? Eine Tageskarte? Eine Student? Ich habe es steht hier nicht so. Danke. Gerne. Eine Fahrkarte bitte. Ja. Eine Wochenkarte brauchst du. Eine Studentenkarte. 6 Euro geht da wieder. Danke. Kein Problem. Und weiter geht's. Zur Ostspeicher. Kein Ding. Einmal Ostspeicher. Endstation. Ostspeicher. Endstation. Bitte alle aussteigen. Wow. Perfekt. Super. Ja, ne? Bis dann. Auf Wiedersehen. Danke fürs Fahren. Äh, mitfahren. Tschüss. 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 Jemals hätte irgendwie Müll. Das muss doch nicht sein. Äh. Wo? Ah, hier. Aber den Müll anwalt. Und einmal wieder zurück zum Depot. Jetzt fährt sich schon wieder keiner, ne? Wenn ich hier jetzt mal ran würde, ich finde hier keiner an der Kreuzung fährt. Fahr du. Ne, fahr du. Auf geht's. Aber ich muss sagen, hier gibt's wenig Ampeln. Hier ist alles so rechts vor links. Ich meine, generell gefällt mir das. Aber manchmal weiß man auch gar nicht, wer hier zuerst fernen soll oder darf oder wie auch immer. So, und damit sollten wir dann noch das Tutorial hier auch abgeschlossen haben. Hoffe ich auch zumindest. Warten. Ja. Wenn ich wieder davor rasseln, das ist schlecht. das tor geht zu wir machen den bus aus verdammt vergessen wieder die tür aufzumachen nein das muss ich mir angewöhnen das vergesse ich auch jedes mal so herrlich du hast fünf sterne bekommen baby steps trophäe halten du hast neue gegenstände freigeschaltet neues diekel neue farbe sehr schön ja geil ich habe aber immer noch nicht so ganz diese hier die ganzen angaben hier das muss ich mir mal genau angucken haben wir jetzt nicht da diese 130.000 ausbekommen da gab es schon eine belohnung 13 bus mal unfälle ein streckenplaner das ist ja perfekt gelaufen gratuliere ich habe mit der stadtverwaltung gesprochen sie wollen dass wir mit der firma expandieren ein paar neue leute einstellen neue busse anschaffen für unsere bemühungen haben sie eine provision angeboten und die genehmigung erteilt das streckennetz auf die gesamte region nördlich des stadtzentrums auszuweiten klingt gut oder wenn wir unser ziel erreichen wollen sollten wir langsam neue busse kaufen auf in den busladen da sollte eine kleine auswahl zur verfügung stehen ja das hört sich doch geil an das hört sich doch an als würden wir oder man schon weiter kommen würden wir hier so einiges richtig machen sieht vielleicht in meinem fall manchmal ein bisschen komisch aus aber hey geht vorwärts das was wir hier aber machen sollen neuen bus kaufen neue fahrer einstellen und so weiter das machen wir in den nächsten folgen die folge ist jetzt hiermit zu ende ich bedanke mich fürs zusehen ich hoffe euch hat es gefallen mir gefällt das spiel auf jeden fall mega gut ich hatte richtig übelst bock drauf und ja hoffentlich sei da in der nächsten folge wieder mit dabei bis dahin tschau tschau